Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen im virtuellen Studio in der heiligen Stadt Köln die Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10. Otto Kernberg und Manfred Lütz. Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Otto Kernberg ist einer der bekanntesten Psychoanalytiker der Welt. In diesem Gesprächsband erzählt er vom Nutzen seiner Disziplin, von ihren Grenzen und von seinem Leben. Das ihn als jüdischen Österreicher auf der Flucht vor den Nazis von Wien über Chile nach New York geführt hat. Am spannendsten ist das Buch immer dann, wenn Fragen diskutiert werden wie die, ob Adolf Hitlers bösartiger Nazismus therapierbar gewesen wäre. Platz 9. Maya Göbel, Unsere Welt neu denken. Dass der Kapitalismus den Kommunismus besiegt hat, ist kein Grund, das Nachdenken über unser Wirtschaftssystem einzustellen. Maya Göbel beschreibt in ihrem ermutigenden Essay, wie wir alle angesichts endlicher Ressourcen und planetarer Herausforderungen unsere Gier und unsere Dummheit überwinden können. Platz 8. Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge trotzdem. Ein Büchlein über Corona, das in jeder Hinsicht beruhigend wirkt. Erstens, weil es eine intellektuelle Freude ist, zwei klugen Menschen beim Nachdenken über die Pandemie zu folgen. Zweitens, weil Ferdinand von Schirachs Bekenntnis während des Lockdowns zum ersten Mal seit 15 Jahren den Herd in seiner Wohnung eingeschaltet zu haben, was zu einem furchtbaren Gestank nach verbranntem Plastik führte, weil noch die Transportsicherungen unter den Herdplatten gewesen seien, den meisten Lesern den Trost beschert, noch nicht den allergrößten Grad von Schrulligkeit erreicht zu haben. Platz 7. Richard David Brecht. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Platz 6. Marianne Koch. Unser erstaunliches Immunsystem. Ein Gesundheitsratgeber aus der Feder der Ärztin, des Filmstars und der Fernsehmoderatorin Marianne Koch. Die Lektüre blieb ohne Nebenwirkungen. Platz 5. Philippa Perry. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Ein Erziehungsratgeber mit vielen beherzigenswerten Ratschlägen. Was Kinder und wir alle brauchen, sind Liebe und Grenzen. Nicht nur das eine oder das andere, schreibt Philippa Perry. Allerdings fehlt der wichtigste Ratschlag über Kinder, nämlich die Einsicht der unvergessenen Katharina Rutschke. Kinder sind ein sehr schlechter Hundeersatz. Platz 4. Hamad Abdel Samad aus Liebe zu Deutschland. Ein sympathisches Buch der Selbstvergewisserung. Hamad Abdel Samad möchte im Gespräch mit Historikern, Politikern und Publizisten herausfinden, was Deutschland wirklich ausmacht, was Deutschsein bedeutet und was Deutschland über die Zeitläufte hinweg im Innersten zusammenhält. Mein Verdacht ist allerdings, dass er durch ein gründliches Studium des Gesamtwerks von L'Oriot mehr darüber erfahren hätte. Platz 3. Jan Böhmermann. Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Twitter ist Literatur, schreibt der Satiriker Jan Böhmermann und versucht mit seinen gesammelten Tweets aus zwölf Jahren den Beweis anzutreten. In seiner vogeligen Wirrheit, Redundanz und Selbstbezüglichkeit erinnert mich das Böhmermannsche Gezwitscher eher an gesammelte CB-Funksprüche der 70er Jahre. Immerhin finden sich aber einige schöne Gedankenspiele. Dieses etwa. In einem Paralleluniversum gibt es hoffentlich eine Sendung, in der anthropomorphe Bücher die verschiedenen Krawatte-Hut-Dreiteiler-Kombinationen von Dennis Scheck besprechen und bewerten. Sagen wir so. Mein Einstecktuch war von Böhmermanns Buch geblättert. Meinem Hemd platzte der Kragen. Meine Schuhe wollten daran unbedingt den Unterschied zwischen Satire und Schmähkritik demonstrieren. Meine Krawatte fand es zum Gringeln. Meine Socken fanden es stank. Meiner Weste war es intellektuell zu eng. Und meinem Jackett war es zu ungebügelt. Platz 2. Manfred Lütz. Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Der Psychiater und Theologe Manfred Lütz nimmt psychisch Kranke davor in Schutz, mit politischen Irren wie Chair Bolsonaro, Kim Jong-un oder Donald Trump gleichgesetzt zu werden. Selten wurde mit leichterer Hand über Demenz, Sucht, Schizophrenie, Angst, Ess- und bipolare Störungen, Trauma, Manie und Depression geschrieben. Platz 1. Mary L. Trump. Zu viel und nie genug. Mary Trump ist die Nichte des Manns im Weißen Haus. Ihr Vater war der alkoholkranke ältere Bruder Donald Trumps, den der Vater Fred Trump immer mies behandelt hat, während er Donald in jeder Hinsicht bevorzugte. Mary Trump, selbst promovierte klinische Psychologin, zögert nicht ihrem Onkel im Weißen Haus, eine ungünstige Ferndiagnose zu stellen. Dieser sei ein soziopathischer Narzisst. So erschütternd die geschilderte Lieblosigkeit in dieser Familie wirkt, so gering bleibt der Erkenntniswert dieses Klatschbuchs.